Musik Wir sind hier in der Volksschule Heselger und heute werden uns die Kinder die Weihnachtsgeschichte erzählen. Wir wissen, dass Maria und Josef in Nazareth gewohnt haben. Sie mussten nach Bethlehem, zu einer Volkszählung, weil das der Kaiser bei Augustus so wollte. Obwohl Maria hochschwanger war. Wissen Sie eigentlich, wie weit es ist von Nazareth nach Bethlehem? Fast 150 Kilometer. Und das zu Fuß, der vierte Gott. Alle Gastheisen in Bethlehem waren voll. Nach dem Stall ging und in diesem Stall ist das Poppel auf die Welt gekannt. Kuh mit Kuh Krankenhaus. Kuh Hebamme. Nach Warentirte auf dem Feld. Nachdem ist ein Engel gekannt und der sagte, fürchte dich nicht. Der Heiland ist geboren und sei seit dem Sternmach gegangen, bis zum Stall. Sie werden ihm schon etwas mitgebracht haben, weil mit Lärmhänden geht man in die Poppel schauen. Vielleicht Käse, Brot, Milch oder Schafei. Obwohl sie selber ganz arm waren. Und ich habe es mir jedem weiter erzählt. Und wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten. Und wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten. Und wir wünschen euch, wenn wir uns 느�igen. Und wir wünschen euch, wenn wir uns geblieben. Die Himmlische Zeit Die Himmlische Zeit Die Himmlische Zeit Wo wieder Menschen machen sich bereit Die Himmlische Zeit Die Himmlische Zeit